Das Schloss der verlorenen Weihnachtsgeister Es war der Abend vor Heiligabend, und der kleine Ort Winterhain war in eine dicke Schneedecke gehüllt. Die Straßenlaternen warfen ihr goldenes Licht auf die glitzernden Flocken, und der Duft von gebrannten Mandeln und Zimt lag in der Luft. Doch während die meisten Menschen in ihren warmen Häusern saßen, hatten Anna, ihr jüngerer Bruder Ben und ihre beste Freundin Clara ganz andere Pläne. Anna hatte an diesem Morgen einen seltsamen Brief in ihrem Adventskalender gefunden. Die Buchstaben schienen in der Morgensonne zu schimmern, als wären sie aus reinem Licht geschrieben. Kommt zu Mitternacht zur alten Eichenstraße. Folgt dem Licht und entdeckt das Geheimnis des Schlosses. Nur die Mutigen werden belohnt. Der Hüter der Weihnachtszeit Anna war sich sicher, dass es ein Scherz sein musste. Vielleicht ein Streich von ihrem Vater, der ihre Abenteuerlust kannte. Doch als Ben den Brief las, war er sofort Feuer und Flamme. Was, wenn es echt ist? Hatte er gefragt. Seine Augen funkelten vor Aufregung. Auch Clara, die immer für ein Abenteuer zu haben war, konnte sich der Neugier nicht entziehen. So fanden sich die drei Kinder um kurz vor Mitternacht, warm eingepackt und mit Taschenlampen bewaffnet, an der Eichenstraße wieder. Die Bäume ragten wie dunkle Wächter in den Himmel und ihre knorrigen Äste wirkten im Mondlicht beinahe wie Krallen. Vielleicht sollten wir lieber umkehren, flüsterte Clara, während sie sich die dicke Strickmütze tiefer ins Gesicht zog. Aber Anna schüttelte den Kopf. Wenn wir jetzt umdrehen, werden wir nie erfahren, was hier vor sich geht. Plötzlich flackerte ein schwaches Licht zwischen den Bäumen auf. Es war nicht das grelle Weiß einer Taschenlampe, sondern ein warmes, goldenes Leuchten, das die Umgebung in eine magische Atmosphäre tauchte. Das muss das Licht sein, von dem der Brief spricht, sagte Ben aufgeregt. Langsam folgten sie dem Licht, das wie ein leuchtender Stern über einem kleinen Pfad schwebte. Der Schnee knirschte unter ihren Stiefeln und die Welt um sie herum wurde immer stiller. Bald erreichten sie eine Lichtung, auf der sich ein riesiges, verfallenes Schloss erhob. Seine Türme ragten hoch in den Himmel und die Fenster waren mit dicken Eisblumen bedeckt. Doch trotz des Verfalls hatte das Gebäude eine majestätische Ausstrahlung, als würde es ein uraltes Geheimnis bewahren. Das ist das alte Schloss von Winterhain, flüsterte Anna ehrfürchtig. Ich dachte, es sei schon seit 100 Jahren verlassen. Es sieht aus, als wäre es geradewegs aus einem Märchen entsprungen, murmelte Clara. Ihre Stimme bebte vor einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Während sie auf das massive Holztor zugingen, öffnete es sich knarrend wie von Geisterhand. Ein kalter Luftzug wehte ihnen entgegen und sie hielten unwillkürlich die Luft an. Das ist nicht gruselig. Nein, überhaupt nicht, flüsterte Ben, aber niemand glaubte ihm. Hinter der Tür erstreckte sich eine riesige Eingangshalle. Hohe Decken, prunkvolle, aber zerfallene Kronleuchter und ein riesiger Weihnachtsbaum, der trotz der Ruinen in der Mitte des Raumes erstrahlte. Die Lichter am Baum flackerten wie Kerzen, doch niemand schien in der Nähe zu sein, sie angezündet haben könnte. Das ist wunderschön, flüsterte Clara. Ihre Stimme heilte in der Stille wieder. Plötzlich erklang ein leises Kichern, das wie eine zarte Melodie durch die Halle schwebte. Anna drehte sich ruckartig um. Wer ist da? rief sie, doch sie bekam keine Antwort. Stattdessen flogen goldene Schneeflocken durch die Luft und formten sich zu einer kleinen, schimmernden Gestalt. Es war ein Geist, ein Weihnachtsgeist, wie aus einem Märchen. Willkommen im Schloss der verlorenen Weihnachtsgeister, sagte die Gestalt mit einer Stimme, die wie das Läuten kleiner Glocken klang. Ihr seid mutig, hierher zu kommen. Doch seid gewarnt, ihr könnt das Schloss nicht verlassen, bis ihr die Zeitschleife durchbrochen habt. Zeitschleife? fragte Anna, ihre Augen geweihtet vor Überraschung. Was soll das heißen? Weihnachten ist hier gefangen, erklärte der Geist. Immer wieder beginnt der Abend vor Heiligabend von Neuem. Wir sind verflucht, das Fest niemals zu erleben. Aber vielleicht könnt ihr das ändern. Die Kinder sahen sich an. Ihre Herzen schlugen schneller. Sie hatten keine Ahnung, worauf sie sich eingelassen hatten. Aber eines war sicher. Das Abenteuer hatte gerade erst begonnen. Die Worte des Weihnachtsgeistes hingen schwer in der Luft. Anna, Ben und Clara starrten die schimmernde Gestalt an, die vor dem prachtvollen Weihnachtsbaum schwebte. Es war schwer, den Geist genau zu erkennen. Sein Körper bestand aus goldenem Licht, das wie flüssiger Schnee glitzerte. Doch seine Augen waren groß und traurig, als er weitersprach. Jedes Jahr, wenn die Glocken Mitternacht schlagen, beginnt der Tag vor Heiligabend von Neuem. Für uns vergeht die Zeit nicht. Wir erleben denselben Tag immer wieder. Seit hundert Jahren. Ben trat einen Schritt nach vorne. Aber warum? Was ist passiert? Warum seid ihr hier gefangen? Der Geist seufzte und seine Form flimmerte, als ob er sich für einen Moment auflösen würde. Es war ein Fehler. Eine Torheit von uns allen. Einst war dieses Schloss der schönste Ort an Weihnachten. Hier kamen die Menschen von Winterhain zusammen, sangen Lieder, erzählten Geschichten und feierten die Magie des Festes. Doch eines Jahres kamen wir Geister auf die Idee, die Zeit anzuhalten, um den Weihnachtsabend für immer zu bewahren. Niemand wollte, dass die Schönheit endet. Das klingt doch wundervoll, unterbrach Clara vorsichtig. Was ist daran falsch? Der Geist schüttelte den Kopf und winzige Schneeflocken rieselten von seinen leuchtenden Armen. Es war ein Trugschluss. Die Zeit zu stoppen hat die Magie zerstört. Statt die Freude zu bewahren, haben wir das Fest in eine starre Schleife gezwungen. Die Bewohner des Schlosses verschwanden und wir Geister wurden an diesen Ort gebunden. Anna runzelte die Stirn und schob ihre Hände in die Taschen ihres Mantels, um sich aufzuwärmen. Aber wie können wir euch helfen? Wir sind doch nur Kinder. Wie sollen wir eine Zeitschleife durchbrechen? Der Geist bewegte sich näher an die Kinder heran und seine Stimme wurde leiser, fast wie ein Flüstern. Im Schloss sind Hinweise verborgen. Fragmente der Magie, die wir einst nutzten, um die Zeit zu manipulieren. Wenn ihr diese Fragmente findet und an ihren ursprünglichen Ort zurückbringt, könnte der Fluch gebrochen werden. Hinweise? Ben klang aufgeregt. Also eine Schatzsuche? In gewisser Weise, antwortete der Geist. Aber seid gewarnt. Das Schloss hat ein Eigenleben. Es wird euch auf die Probe stellen. Und nicht alle Geister hier sind so freundlich wie ich. Anna schluckte schwer. Nicht alle freundlich? Was heißt das? Einige von uns haben den Verstand verloren, erklärte der Geist, und seine Stimme klang nun düster. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind, und sie werden alles tun, um euch aufzuhalten. Denn sie fürchten, dass das Ende der Zeitschleife auch ihr Ende bedeutet. Clara zog fröstelnd ihre Jacke enger um sich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen können. Natürlich schaffen wir das, sagte Ben entschlossen. Das ist das größte Abenteuer, das wir je erlebt haben. Anna war sich da nicht so sicher, aber sie wusste, dass sie keine Wahl hatten. Wenn sie das Schloss nicht verlassen konnten, mussten sie es zumindest versuchen. Wo sollen wir anfangen? fragte sie den Geist. Der Geist schwebte zurück zu dem Weihnachtsbaum, der in der Mitte der Halle stand. Der erste Hinweis liegt hier, in der Nähe des Baumes. Sucht sorgfältig. Doch beeilt euch. Wenn die Uhr wieder Mitternacht schlägt, beginnt der Tag von Neuem, und ihr müsst von vorne anfangen. Die Kinder sahen sich an. Anna nickte entschlossen und kniete sich neben den Baum, um die glitzernden Geschenke darunter zu untersuchen. Jedes Geschenk war mit einer anderen Schleife gebunden, und es schien, als würden die Geschenke leicht pulsieren, als ob sie lebendig wären. Ben hob ein Päckchen auf und drehte es in seinen Händen. Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Plötzlich begann die Uhr im Schloss zu schlagen. Die Schläge heilten durch die Eingangshalle und das Licht des Weihnachtsbaums flackerte. Der Geist rief, Ihr müsst den ersten Hinweis finden, bevor der zwölfte Schlag erklingt, oder ihr verliert wertvolle Zeit. Clara, die auf die leuchtenden Ornamente des Baumes gestarrt hatte, rief plötzlich, Hier, da ist etwas eingraviert. Sie deutete auf einen funkelnden Anhänger in Form eines goldenen Sterns. In der Mitte des Sterns war eine Schrift eingraviert. Nur wer das Licht ins Dunkel bringt, wird den Weg zum ersten Fragment finden. Anna stand auf und runzelte die Stirn. Was soll das bedeuten? Der Geist lächelte traurig. Das ist das Rätsel. Die Antwort wird euch zum ersten Fragment führen. In diesem Moment erklang der zwölfte Glockenschlag, und alles um sie herum begann zu verschwimmen. Die Kinder hielten sich fest, während sich die Welt um sie drehte. Als sie ihre Augen wieder öffneten, standen sie wieder am Eingang des Schlosses. Der Tag hatte erneut begonnen. Es ist wahr, flüsterte Clara, wir sind wirklich in einer Zeitschleife. Anna ballte die Fäuste. Dann lösen wir das Rätsel. Und wir werden diesen Fluch brechen, egal wie lange es dauert. Der eisige Wind wehte ihnen ins Gesicht, als sie erneut vor dem Schloss standen. Der riesige Eingangstorbogen ragte düster über ihnen, als wolle er sie warnen, nicht wieder einzutreten. Doch Anna, Ben und Clara waren entschlossener denn je. Der Geist hat gesagt, das Licht muss ins Dunkel gebracht werden, murmelte Anna, während sie den goldenen Stern aus ihrer Tasche zog. Clara hatte ihn beim Zurücksetzen der Zeitschleife mitgenommen. Jetzt leuchtete er in einem sanften, warmen Schein, der fast tröstlich wirkte. Vielleicht müssen wir eine Laterne finden oder so etwas in der Art, schlug Clara vor, während sie vorsichtig einen Fuß in die Eingangshalle setzte. Der majestätische Weihnachtsbaum in der Mitte funkelte erneut, als hätten sie nie aufgehört, nach Hinweisen zu suchen. Doch die Halle wirkte anders. Irgendetwas lauerte in den Schatten. Wir haben keine Zeit, alles noch einmal abzusuchen, drängte Ben. Was, wenn der Stern selbst das Licht ist? Vielleicht müssen wir ihn irgendwo hinbringen. Anna nickte und hielt den Stern in die Höhe. Lass uns die dunkleren Ecken des Schlosses durchsuchen. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Die Kinder gingen gemeinsam durch die Halle und folgten einem schmalen Korridor, der tiefer ins Schloss führte. Die Wände waren mit verstaubten, vergoldeten Spiegeln bedeckt, deren Glas wie gefrorenes Wasser wirkte. Der Stern in Annas Hand leuchtete heller, je weiter sie gingen, und spendete ein warmes Licht in der Dunkelheit. Plötzlich erklang ein leises Rascheln und Anna blieb stehen. Habt ihr das gehört? Ben hielt die Taschenlampe hoch, doch sie begann zu flackern. Es ist wahrscheinlich nur der Wind oder ein Rattengeist. Sehr beruhigend, murmelte Klara und griff nach Annas Arm. Das Rascheln wurde lauter, und ein Schatten bewegte sich an der Wand entlang. Der Stern in Annas Hand begann zu vibrieren, als wolle er sie warnen. Plötzlich schoss eine dunkle Gestalt aus den Schatten hervor. Eine verzerrte, geisterhafte Erscheinung mit glühenden, leeren Augen. Ihr dürft hier nicht sein, kreischte die Gestalt mit einer Stimme, die sich wie Eiskristalle in ihre Ohren bohrte. Geht zurück, bevor es zu spät ist. Ben stolperte rückwärts, doch Anna hielt den Stern entschlossen in die Höhe. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir sind hier, um den Fluch zu brechen. Das Licht des Sterns flammte auf, und die geisterhafte Gestalt wich mit einem wütenden Zischen zurück. Ihr versteht nicht, was ihr tut. Ihr riskiert alles. Mit diesen Worten löste sie sich in einer Wolke aus schwarzem Rauch auf. Was war das? Keuchte Klara, während sie sich an die Wand lehnte. Ihre Hände zitterten. Ich glaube, das war einer der Geister, vor denen uns der Hüter gewarnt hat, sagte Anna. Er wollte uns aufhalten. Aber warum? Wenn der Fluch gebrochen wird, sollten sie doch befreit werden, oder nicht? Ben kratzte sich am Kopf. Anna runzelte die Stirn. Vielleicht haben sie Angst, was danach passieren könnte. Aber das ist egal. Wir müssen weitermachen. Der Stern führte sie weiter, und bald erreichten sie eine große, schwere Tür am Ende des Korridors. Ein Symbol, das dem Stern in Annas Hand ähnelte, war in das Holz geschnitzt. Das muss es sein, flüsterte sie. Gemeinsam drückten sie die Tür auf. Dahinter lag ein runder Raum, der von völliger Dunkelheit erfüllt war. Das Licht des Sterns schien sich in der Finsternis zu verlieren, als ob sie das Dunkel verschluckte. Das Licht ins Dunkel bringen, wiederholte Clara. Was, wenn wir den Stern hier platzieren müssen? In der Mitte des Raumes stand ein Podest aus schwarzem Stein. Anna trat näher und bemerkte, dass eine Vertiefung in der Mitte genau die Form des Sterns hatte. Sie sah Ben und Clara an, die beide nickten. Mach es, sagte Ben. Anna legte den goldenen Stern vorsichtig in die Vertiefung. Augenblicklich begann der Stern zu leuchten, heller und heller, bis der gesamte Raum in ein strahlendes, goldenes Licht getaucht wurde. Die Dunkelheit wich und die Kinder hielten den Atem an, als sich der Raum veränderte. An den Wänden erschienen plötzlich Gemälde, die vorher unsichtbar gewesen waren. Sie zeigten Szenen von fröhlichen Festen im Schloss. Menschen, die tanzten, lachten und sich gegenseitig beschenkten. Doch in der letzten Szene wirkte alles düster. Die Menschen verschwanden und die Geister traten an ihre Stelle. Das muss die Geschichte des Schlosses sein, sagte Clara leise. Das war, bevor sie den Fluch ausgelöst haben. Eine tiefe, wohlklingende Stimme ertönte plötzlich. Ihr habt das erste Fragment gefunden. Euer Mut hat euch weitergebracht. Doch die Reise ist noch lange nicht vorbei. Eine kleine, goldene Kugel erschien über dem Podest und schwebte langsam auf Anna zu. Das ist das Fragment, murmelte sie und nahm es vorsichtig in die Hand. Es fühlte sich warm an und pulsierte leicht, als ob es lebendig wäre. Wir haben es geschafft, sagte Ben mit einem breiten Grinsen. Aber was kommt als nächstes? Die Antwort kam schneller, als sie erwartet hatten. Der Boden begann zu beben und das Schloss schien erneut zum Leben zu erwachen. Türen schlugen auf und ein fernes Gelächter hallte durch die Gänge. Die Kinder sahen sich an und Anna sagte entschlossen, was auch immer uns erwartet, wir werden es schaffen. Lasst uns gehen. Mit dem ersten Fragment in der Hand verließen sie den Raum, bereit, das nächste Rätsel zu lösen und dem Geheimnis des Schlosses ein Stück näher zu kommen. Das Schloss schien sich verändert zu haben, seit die Kinder das erste Fragment gefunden hatten. Die Wände der Korridore wirkten lebendiger, die Schatten tiefer und ein leises, fast unmerkliches Flüstern begleitete sie auf Schritt und Tritt. Es klang, als würden die Mauern selbst miteinander sprechen. Das ist unheimlich, murmelte Klara, während sie Annas Licht folgte. Der goldene Stern war nun ein Fragment, das leicht in ihrer Hand pulsierte und den Weg vor ihnen erhellte. Es fühlt sich an, als würde uns das Schloss beobachten, fügte Ben hinzu und drehte sich nervös um. Hinter ihnen schlossen sich die Türen, die sie passiert hatten, lautlos von selbst. Vielleicht hat das Schloss auch Gefühle. Oder es ist sauer, dass wir das Fragment genommen haben. Anna, die voranging, schüttelte den Kopf. Das Schloss will, dass wir die Fragmente finden. Das hat der Geist gesagt. Die Magie dieses Ortes ist zwar gefährlich, aber sie will auch gerettet werden. So wie die Geister, murmelte Klara. Aber ich frage mich, ob wirklich alle gerettet werden wollen. Sie bogen um eine Ecke und betraten einen neuen Korridor, der mit riesigen, prunkvollen Gemälden geschmückt war. Jedes Bild zeigte Szenen von Festen, prunkvollen Empfängen und majestätischen Banketten. Doch je weiter sie gingen, desto düsterer wurden die Gemälde. Die Farben verblassten, die Figuren wirkten gequält. Und auf manchen Bildern erschienen die vertrauten Geister, die die Kinder zuvor gesehen hatten. Die Bilder verändern sich, sagte Ben. Seht ihr das? Sie sind lebendig. Er zeigte auf ein Bild, in dem sich die Augen der gemalten Figuren langsam bewegten, als ob sie den Kindern folgen würden. Das ist unheimlich, flüsterte Klara und blieb dicht hinter Anna. Vielleicht sollten wir einfach weitergehen. Doch bevor Anna antworten konnte, schienen die Gemälde um sie herum aufzuleuchten. Eine kalte, unheimliche Stimme hallte durch den Korridor. Ihr wagt es, unsere Ruhe zu stören? Was sucht ihr hier? Warum bringt ihr Unordnung in die ewige Stille? Die Kinder sahen sich um, doch die Stimme schien von überall und nirgends zu kommen. Die Augen in den Gemälden starrten sie nun anklagend an, und es fühlte sich an, als würde der Raum enger werden. Wir! Wir wollen nur helfen, stammelte Anna. Ihre Stimme zitterte leicht, doch sie hielt das Fragment fester in der Hand. Wir wollen den Fluch brechen. Die Stimme schwieg für einen Moment, dann erklang sie wieder, diesmal lauter. Der Fluch ist unsere einzige Sicherheit. Ohne ihn verschwindet unsere Existenz. Ihr solltet lieber umkehren, bevor es zu spät ist. Wir kehren nicht um, sagte Ben mutig, obwohl er ebenfalls zitterte. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Plötzlich begann eines der Gemälde direkt vor ihnen zu pulsieren. Die Farben wirbelten durcheinander, und die Szene darauf veränderte sich. Es zeigte nun einen alten Bankettsaal, in dessen Mitte ein riesiger Tisch mit einer Festtafel stand. Kerzen flackerten, und eine düstere, gespenstische Gestalt saß am Kopfende des Tisches. Das ist der nächste Ort, sagte Anna entschlossen. Das ist der nächste Hinweis. Wie sollen wir da hineingelangen, fragte Klara, doch bevor jemand antworten konnte, zog ein unsichtbarer Sog sie alle in das Gemälde hinein. Sie schrien vor Überraschung, als die Welt um sie herum in einem Strudel aus Farben verschwand. Als sie wieder Boden unter den Füßen spürten, standen sie tatsächlich in dem Bankettsaal. Der Raum war still, doch die Luft war schwer, fast erdrückend. Der Tisch war gedeckt mit prunkvollem Geschirr, doch das Essen darauf war verdorben und schimmelte. Die Kerzen flackerten, und ihre Schatten tanzten unheimlich an den Wänden. Ich glaube, ich mag diesen Ort nicht, flüsterte Klara und klammerte sich an Annas Arm. Am Kopfende des Tisches saß die gespenstische Gestalt, die sie im Gemälde gesehen hatten. Es war ein Mann in einem alten, zerfallenen Festgewand, mit hohlen Augen und einer Aura, die die Luft um ihn herum zum Flimmern brachte. Ihr habt das erste Fragment gefunden, sagte er mit einer Stimme, die wie knirschendes Eis klang. Aber das zweite wird nicht so leicht sein. Ihr müsst euch einer Wahrheit stellen, die ihr fürchtet. Was für eine Wahrheit? fragte Anna, obwohl sie nicht sicher war, ob sie die Antwort hören wollte. Der Mann hob eine knochige Hand, und eine Tür am Ende des Bankettsaals öffnete sich von selbst. Dahinter lag ein dunkler Gang, aus dem kalte Luft strömte. Folgt dem Pfad, sagte der Geist. Doch seid gewarnt, die Schatten eurer Herzen werden euch begegnen. Ben schaute Anna an. Das klingt nicht gerade ermutigend. Anna atmete tief durch und nickte. Wir haben keine Wahl. Wenn wir den Fluch brechen wollen, müssen wir weitergehen. Die Kinder schritten durch die Tür und tauchten in den dunklen Gang ein. Das Fragment in Annas Hand begann wieder heller zu leuchten, als ob es ihnen Mut zusprechen wollte. Doch tief in ihrem Inneren wusste Anna, dass die Worte des Geistes wahr waren. Was immer sie erwartete, würde sie auf eine harte Probe stellen. Nicht nur ihren Mut, sondern auch ihre Herzen. Der dunkle Gang, in den die Kinder eintraten, wirkte wie eine andere Welt. Die Luft war kälter als je zuvor und es herrschte eine bedrückende Stille, als ob selbst die Wände den Atem anhielten. Annas Hand umklammerte das Fragment fester, das in ihrem Griff pulsierte wie ein Herzschlag. Sein warmes Licht bot den einzigen Trost in der bedrückenden Finsternis. Ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden, flüsterte Clara und warf nervöse Blicke über ihre Schulter. Wir sind definitiv nicht allein, murmelte Ben und hielt sich dicht hinter Anna. Aber das heißt nicht, dass wir uns aufhalten lassen. Plötzlich flackerte das Licht des Fragments und ging fast aus. Anna blieb abrupt stehen und die anderen prallten fast gegen sie. »Seht ihr das?«, fragte sie und deutete auf eine Stelle vor ihnen. Aus der Dunkelheit traten schemenhafte Gestalten hervor. Sie waren kaum mehr als Umrisse, geformt aus Rauch und Schatten. Doch sie bewegten sich mit einer unheimlichen Geschmeidigkeit. Ihre leeren, dunklen Augen schienen direkt in die Seelen der Kinder zu blicken. Eine der Gestalten sprach mit einer Stimme, die wie das Flüstern vieler Stimmen klang. »Was sucht ihr hier?« »Warum wagt ihr es, uns zu stören?« »Wir suchen das zweite Fragment«, antwortete Anna mit zitternder Stimme, bemühte sich aber, entschlossen zu klingen. »Wir werden den Fluch des Schlosses brechen.« »Ihr werdet scheitern«, flüsterte eine andere Gestalt, die näher trat. »Denn um das zweite Fragment zu finden, müsst ihr euch euren eigenen Schatten stellen.« »Was heißt das?«, fragte Clara, die sich hinter Anna versteckte. Die Gestalten schienen zu lachen, ein eisiges, hohles Lachen, das durch den Gang heilte. »Das werdet ihr bald herausfinden.« Plötzlich veränderte sich der Gang. Die Kinder fanden sich in einem weiten Raum wieder, der von einem bläulichen Licht erfüllt war. Der Boden schimmerte wie Wasser, doch er war fest unter ihren Füßen. In der Mitte des Raumes schwebte ein weiterer goldener Stern, doch er war umgeben von wirbelnden Schatten. »Das muss das zweite Fragment sein«, flüsterte Ben und machte einen Schritt nach vorne. Doch kaum hatte er sich dem Stern genähert, formte sich der Schatten vor ihm zu einer Gestalt, zu ihm selbst. Es war, als ob er in einen dunklen Spiegel blickte. Doch das Spiegelbild hatte ein kaltes, hämisches Lächeln. »Was? Was bist du?«, stammelte Ben. »Ich bin du«, antwortete der Schatten mit einer Stimme, die seiner eigenen erschreckend ähnlich war. »Ich bin die dunkle Seite, die du zu verbergen suchst. Die Angst, die du nicht zeigen willst. Die Zweifel, die du vor dir selbst leugnest.« Anna und Klara sahen entsetzt zu, wie der Schatten-Ben begann, um den echten Ben zu kreisen. »Du bist ein Feigling«, zischte der Schatten. »Du tust immer so mutig, aber insgeheim hast du Angst, dass du nicht genug bist, dass du nie stark genug sein wirst, um deine Freunde zu beschützen.« »Das ist nicht wahr«, rief Ben und ballte die Fäuste, doch seine Stimme zitterte. »Ben, hör nicht auf ihn«, rief Anna, »er will dich nur verunsichern.« Doch der Schatten ignorierte sie. »Du wirst versagen«, flüsterte er, »und sie werden deinetwegen scheitern.« Ben knappte nach Luft, aber dann straffte er die Schultern und trat einen Schritt nach vorne. »Du bist nicht echt. Du bist nur meine Angst. Und ich lasse dich nicht gewinnen.« Das Licht des Fragments in Annas Hand wurde heller und der Schatten zischte wütend. Dann löste er sich in Rauch auf und verschwand. »Gut gemacht, Ben«, sagte Anna mit einem ermutigenden Lächeln. Doch ihre Erleichterung wehrte nur kurz. Aus der Dunkelheit traten zwei weitere Gestalten hervor. Abbilder von Anna und Clara. Clara keuchte und wich zurück, als ihr eigener Schatten sie ansah. »Du hast immer Angst«, flüsterte der Schattenklara. »Du bist nichts als eine Last für deine Freunde. Sie wären besser dran ohne dich.« »Das stimmt nicht«, rief Clara, doch ihre Stimme klang klein und unsicher. Anna trat entschlossen nach vorne. »Klara, hör nicht auf sie. Das ist nicht wahr. Du bist mutig, sonst wärst du nicht hier.« Clara schluckte schwer und schloss die Augen. »Du hast recht«, sagte sie schließlich, die Hände zu Fäusten geballt. »Ich lasse mich nicht von dir einschüchtern. Ich bin vielleicht manchmal ängstlich, aber das heißt nicht, dass ich schwach bin.« Mit einem Wutschrei trat sie auf ihren Schatten zu und auch dieser löste sich in Rauch auf. Jetzt blieb nur noch Annas Schatten übrig. Die dunkle Gestalt lächelte sie kalt an. »Und was ist mit dir, Anna?« »Du spielst die Anführerin, aber insgeheim hast du Angst, allein zu sein.« »Du weißt, dass du scheitern könntest, und dann wird niemand da sein, der dich aufhängt.« Anna biss sich auf die Lippe, doch sie ließ sich nicht beiirren. »Vielleicht habe ich Angst«, sagte sie fest. »Aber ich lasse meine Ängste mich nicht kontrollieren. Ich werde weitermachen, egal was passiert.« Der Schatten wich zurück, zischte und verschwand schließlich. Der Raum wurde heller und der Stern schwebte nun frei in der Luft. »Das war intensiv«, murmelte Ben und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Anna griff nach dem zweiten Fragment, das sich warm und lebendig anfühlte. »Wir haben es geschafft«, sagte sie mit einem Hauch von Stolz. »Zwei Fragmente haben wir. Jetzt geht es weiter.« Die Kinder sahen sich an, erschöpft, aber entschlossen. Sie wussten, dass die Prüfungen härter werden würden. Doch sie hatten auch bewiesen, dass sie stärker waren, als sie selbst gedacht hatten. Die Kinder standen noch in dem schimmernden Raum, das zweite Fragment sicher in Annas Hand. Die Spannung, die der Konfrontation mit ihren eigenen Schatten folgte, hing schwer in der Luft. Der Boden unter ihren Füßen pulsierte leicht und die bläuliche Helligkeit des Raumes begann zu verblassen. »Wir müssen hier raus«, sagte Klara nervös und sah sich um. Die Wände schienen sich zu bewegen, als würden sie näher kommen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn das Licht ganz verschwindet. »Da vorne ist ein Ausgang«, rief Ben und deutete auf einen Bogen, der wie aus dem Nichts in der Wand erschienen war. Ohne zu zögern, rannten die drei Kinder darauf zu. Anna hielt die Fragmente fest in ihren Händen, deren leuchtendes Pulsieren den einzigen Wegweiser in der Dunkelheit bot. Kaum hatten sie den Bogen durchschritten, fanden sie sich in einem neuen, langen Korridor wieder. Er war mit dunklem Stein ausgekleidet und ein eisiger Wind wehte durch die Halle. Der Boden unter ihren Füßen begann zu beben. »Ich glaube, das Schloss will uns nicht mehr hier drin haben«, murmelte Ben und hielt sich an einer Wand fest, um das Gleichgewicht zu behalten. »Oder es versucht uns etwas zu sagen«, sagte Anna und blieb abrupt stehen. Sie hielt die Fragmente hoch, deren Licht auf eine große, eiserne Tür am Ende des Korridors fiel. Auf der Tür waren Symbole eingraviert. Sterne, die sich in einer Spirale drehten. Und seltsame, verschlungene Muster, die aussahen wie alte Runen. »Das ist unser nächster Schritt«, sagte Anna entschlossen. »Vielleicht führt uns die Tür zum dritten Fragment. Hoffentlich führt sie uns nicht zu noch mehr Schatten«, sagte Clara, die nervös zu den Wänden hinüberblickte, als ob sie erwartete, dass jeden Moment wieder dunkle Gestalten auftauchten. Die Kinder schoben die schwere Tür mit vereinten Kräften auf. Sie knarrte laut und hinter ihr erstreckte sich ein riesiger Raum, der wie eine alte Bibliothek aussah. Reihen von Regalen voller verstaubter Bücher erstreckten sich ins Unendliche, und ein schwaches, goldenes Licht erhellte den Raum. In der Mitte des Raumes stand ein Sockel, und darüber schwebte ein vertrauter goldener Stern. Das dritte Fragment. »Da ist es«, rief Ben und rannte voraus. Doch kaum hatte er den Sockel erreicht, begann der Raum sich zu verändern. Die Regale bewegten sich, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft gezogen und formten ein Labyrinth um die Kinder. Der Boden vibrierte stärker, und ein tiefes, dröhnendes Geräusch erfüllte die Luft. »Es ist eine Falle«, rief Clara. »Das Schloss will uns aufhalten.« »Bleibt ruhig«, rief Anna und hielt die beiden Fragmente hoch. Das Licht schien die Dunkelheit ein wenig zurückzudrängen, aber es war nicht genug, um das ganze Labyrinth zu erhellen. »Wir müssen einen Weg durch die Regale finden.« Die Kinder rannten gemeinsam los, wobei sie die Fragmente als Wegweiser nutzten. Das Licht pulsierte stärker, wenn sie in die richtige Richtung gingen, und wurde schwächer, wenn sie sich verirrt hatten. Doch das Labyrinth schien sich ständig zu verändern. Die Regale verschoben sich, und dunkle Schatten huschten zwischen ihnen hindurch. »Ich glaube, wir werden beobachtet«, flüsterte Clara. Ihre Stimme bebte vor Angst. »Das ist kein Beobachten«, sagte Ben, als ein schweres Atmen hinter ihnen ertönte. »Da ist etwas hinter uns!« Sie sahen sich um und erstarrten. Eine massive Gestalt aus Schatten tauchte hinter ihnen auf. Sie war größer als die bisherigen Geister, mit leuchtenden roten Augen und langen, krallenartigen Händen. Ein Wächter, der das dritte Fragment bewachte. »Lauft«, schrie Anna, und die drei Kinder rannten los, so schnell sie konnten. Der Schatten jagte ihnen nach. Seine Schritte ließen den Boden beben. Es schien, als könne er sich durch die Regale bewegen, ohne von ihnen aufgehalten zu werden, während die Kinder ständig neue Wege suchen mussten. »Da vorne ist der Sockel«, rief Ben, als sie schließlich wieder den Mittelpunkt des Raumes erreichten. Das dritte Fragment schwebte direkt vor ihnen. Sein Licht funkelte wie ein Stern in der Nacht. »Wir müssen es gleichzeitig greifen«, rief Anna. Ihre Stimme überschlug sich vor Eile. Der Schatten war direkt hinter ihnen. Die Kinder stellten sich um den Sockel und streckten gleichzeitig die Hände aus. Sobald ihre Finger das dritte Fragment berührten, flammte ein grelles Licht auf. Der Schatten schrie auf, ein ohrenbetäubender Laut, der die Luft um sie herum zu zerreißen schien. Die Dunkelheit wich zurück, und die Kinder fühlten, wie die Schwere des Raumes nachließ. Als das Licht verblasste, war der Raum wieder still. Das Labyrinth war verschwunden, und der Schatten war nicht mehr zu sehen. Die drei Fragmente schwebten nun zusammen über Annas Hand, und ihre Lichter verschmolzen zu einem warmen, goldenen Schein. »Wir haben es geschafft«, sagte Klara atemlos. »Das dritte Fragment gehört uns.« »Aber wir sind noch nicht fertig«, sagte Anna. »Wir müssen herausfinden, wie wir die Fragmente einsetzen, um den Fluch zu brechen. Und das Schloss wird uns bestimmt nicht so leicht gehen lassen«, fügte Ben hinzu. Die Kinder standen erschöpft, aber entschlossen, bereit, dem Schloss die Stirn zu bieten und das Geheimnis der Fragmente endgültig zu lüften. Die Kinder standen still in der Bibliothek, umgeben von der erdrückenden Stille, die zurückgekehrt war, nachdem das dritte Fragment in Annas Hände gelangt war. Die Fragmente schwebten über ihrer Handfläche, vereint in einem schimmernden, goldenen Licht, das die Dunkelheit zurückzudrängen schien. Doch trotz ihres Sieges fühlte Anna keine Erleichterung. »Drei Fragmente«, murmelte sie. »Aber was jetzt?« »Wie setzen wir sie ein?« »Vielleicht müssen wir sie irgendwo hinbringen«, schlug Ben vor, während er nervös über die Schulter blickte, als würde er erwarten, dass der Schatten zurückkehrt. »Das Schloss hat uns bisher immer einen Hinweis gegeben«, Clara nickte. »Vielleicht führt uns das Licht der Fragmente weiter.« »Es hat uns bisher den Weg gezeigt.« Anna hielt die Fragmente höher und das Licht wurde stärker. Ein sanftes Summen erfüllte die Luft und die Kinder drehten sich überrascht um, als eines der Bücherregale mit einem leisen Knarren zur Seite schob. Dahinter verbarg sich eine schmale Wendeltreppe, die in die Tiefe führte. »Das ist eindeutig eine Einladung«, sagte Ben mit einem schwachen Lächeln. Doch seine Stimme klang unsicher und Anna konnte den leichten Zitterschlag darin hören. »Es gibt keinen anderen Weg«, sagte sie und ging voran. »Bleib dicht bei mir«, die Treppe war schmal und bestand aus kaltem, glattem Metall. Das Echo ihrer Schritte hallte in der Finsternis wieder, während das Licht der Fragmente den Weg beleuchtete. Die Luft wurde kühler, je tiefer sie gingen, und schließlich erreichten sie einen weiteren Raum. Dieser war anders als alle anderen, die sie bisher im Schloss gesehen hatten. Es war ein großer, runder Saal, dessen Wände mit glitzernden Eiskristallen bedeckt waren, die das Licht der Fragmente reflektierten und den Raum in ein kaleidoskopisches Funkeln tauchten. In der Mitte des Raumes stand ein hoher Altar aus durchsichtigem Eis, der wie ein Podest geformt war. Auf der Oberfläche des Altars waren dieselben Symbole eingraviert, die sie auf der Tür gesehen hatten, Sterne, Spiralen und verschlungene Muster. »Das ist der Ort«, flüsterte Anna, als die Fragmente plötzlich heller zu leuchten begannen. Sie schwebten aus ihrer Hand und setzten sich in der Mitte des Altars zusammen. Doch als die Kinder näher traten, erstrahlte der Raum in einem unnatürlichen Licht und eine dunkle, unheilvolle Stimme dröhnte durch die Luft. »Ihr seid weitergekommen«, als ich es für möglich hielt. »Doch das hier ist euer Ende«, die Kinder wirbelten herum und sahen einen neuen Schatten, größer und bedrohlicher als alles, was sie bisher erlebt hatten. Dieser Schatten hatte eine Gestalt angenommen, eine dunkle, königliche Figur mit einem Umhang, der aus purer Dunkelheit zu bestehen schien. Seine Augen glühten rot und seine Stimme ließ den Raum vibrieren. »Ich bin der Wächter dieses Schlosses«, sagte er. »Die Fragmente gehören zu mir. Ohne den Fluch wird dieses Schloss untergehen und mit ihm alle, die hier gefangen sind.« »Wir lassen uns nicht einschüchtern«, rief Ben und stellte sich vor Anna und Clara. »Wir haben die Fragmente gesammelt, um den Fluch zu brechen. Das ist das Richtige.« Der Wächter lachte, ein kaltes, herzloses Geräusch. »Ihr versteht es nicht. Wenn der Fluch endet, werden auch die Geister, die ihr retten wollt, verschwinden. Sie sind nur Schatten der Vergangenheit, gebunden an diese Magie. Glaubt ihr wirklich, ihr helft ihnen?« Anna schluckte. Die Worte des Wächters halten in ihrem Kopf wieder. »Was?« »Wenn er die Wahrheit sagte. Würden die Geister wirklich verschwinden? Würde ihr Versuch, sie zu retten, sie stattdessen auslöschen? »Es mag sein, dass sie verschwinden«, sagte sie schließlich. Ihre Stimme zitterte nur ein wenig. »Aber das ist ihre Freiheit. Sie verdienen es, in Frieden zu ruhen, anstatt für immer in dieser Zeitschleife gefangen zu sein.« Der Wächter hob eine Hand, und die Schatten des Raumes bewegten sich wie lebendige Wesen, kriechend und zischend. »Dann müsst ihr mich erst besiegen.« Die Kinder sahen sich an, ihre Herzen schlugen schnell. Doch Anna hob die Fragmente erneut, und das goldene Licht flammte auf, stärker als je zuvor. Es durchbrach die Dunkelheit und schien den Raum mit Wärme und Hoffnung zu füllen. »Wir müssen zusammenhalten«, rief Anna. »Ben, Clara, gebt mir eure Hände!« Die drei Kinder stellten sich um den Altar und hielten sich an den Händen. Das Licht der Fragmente pulsierte, und eine Welle von Energie breitete sich aus. Der Wächter schrie auf, als das Licht ihn traf, und die Schatten wichen zurück. »Nein«, brüllte er, seine Gestalt begann sich aufzulösen. »Ihr wisst nicht, was ihr tut.« »Wir befreien das Schloss«, sagte Anna entschlossen, »und niemand kann uns aufhalten.« Mit einem letzten, durchdringenden Schrei verschwand der Wächter, und der Raum wurde still. Die Fragmente verschmolzen zu einem einzigen, strahlenden Stern, der sich über dem Altar erhob. »Wir haben es geschafft«, flüsterte Clara und spürte, wie die Spannung von ihr abfiel. Doch Anna wusste, dass sie noch nicht am Ende waren. Der Stern begann sich langsam zu drehen und sandte Lichtstrahlen in alle Richtungen. Das Schloss erwachte erneut. Doch diesmal fühlte es sich anders an. Lebendig. Friedlich. »Jetzt beginnt der letzte Schritt«, sagte Anna und sah ihre Freunde an. »Wir müssen den Stern dorthin bringen, wo alles begann.« Das Schloss wirkte verändert. Als die Kinder den runden Saal verließen, spürten sie eine neue Energie in den alten Mauern. Die Dunkelheit, die zuvor allgegenwärtig gewesen war, schien sich zurückgezogen zu haben. Stattdessen fühlte sich die Luft leichter an, fast warm, als würde das Licht des Sterns, den Anna jetzt fest in den Händen hielt, die Schatten vertreiben. »Es fühlt sich an, als würde das Schloss atmen«, sagte Clara leise, während sie den langen Korridor entlang gingen, der nun heller war als zuvor. Die Wände, die zuvor kalt und düster gewesen waren, schimmerten nun leicht, als ob sie von innen herausleuchteten. »Ich glaube, das Schloss weiß, dass wir es retten können«, sagte Ben. »Es hilft uns jetzt.« Anna nickte, aber ihre Gedanken waren bei den Worten des Wächters. »Würde das Brechen des Fluchs wirklich bedeuten, dass die Geister verschwinden würden?« Die Frage lastete schwer auf ihr, doch sie verdrängte den Zweifel. Sie mussten weitermachen. Es gab keinen anderen Weg. Der Stern in ihren Händen leuchtete stärker, je weiter sie gingen. Es schien, als würde er ihnen den Weg weisen, zurück in die große Eingangshalle des Schlosses. Sie erkannten den vertrauten Pfad und erreichten schließlich die riesigen Flügeltüren, die sich wie von selbst öffneten. Die Halle war genauso prachtvoll wie zuvor, mit dem majestätischen Weihnachtsbaum in der Mitte, der immer noch in goldenem Licht erstrahlte. Doch diesmal fühlte sich die Atmosphäre anders an. Der Baum schien lebendig zu sein, als ob er die Anwesenheit des Sterns spürte, den Anna in den Händen hielt. »Das ist der Ort, an dem alles begann«, sagte Clara und trat vorsichtig näher. »Der Weihnachtsbaum ist der Schlüssel, oder?« »Ich denke schon«, sagte Anna. Sie trat langsam auf den Baum zu, den Stern fest in ihren Händen haltend. Als sie näher kam, sah sie, dass an der Spitze des Baumes ein Platz für den Stern war. Eine Lücke, die wie geschaffen für das leuchtende Artefakt schien. »Bist du sicher, dass wir das tun sollten?«, fragte Ben leise. »Was, wenn, wenn die Geister wirklich verschwinden?« Anna hielt inne und sah ihre Freunde an. »Es ist nicht unsere Entscheidung, ob sie bleiben oder gehen«, sagte sie schließlich. »Aber sie verdienen es, frei zu sein. Gefangen zu bleiben, kann nicht das sein, was sie wollen.« Ben und Clara nickten, auch wenn ihre Augen vor Unsicherheit flackerten. Gemeinsam traten sie zum Baum und Anna hob den Stern. Kaum hatte sie ihnen die Lücke an der Baumspitze eingesetzt, begann der Raum zu beben. Ein blendendes Licht erfüllte die Halle und die Kinder mussten die Augen schließen. Sie hörten, wie eine sanfte Melodie erklang, eine Mischung aus Glockenklang und leisen Stimmen, die wie ein Chor klang. Als sie die Augen wieder öffneten, schwebten goldene Schneeflocken durch die Luft. Die Geister waren nicht länger bedrohlich oder düster. Sie wirkten friedlich, ihre Körper aus Licht geformt, ihre Gesichter voller Dankbarkeit. Der Geist, den die Kinder zuerst getroffen hatten, trat vor und verbeugte sich leicht. »Ihr habt es geschafft«, sagte er mit einer Stimme, die jetzt klar und warm klang. »Der Fluch ist gebrochen. Ihr habt uns befreit.« Anna trat einen Schritt nach vorne. »Werden. Werdet ihr jetzt verschwinden?« Der Geist nickte sanft. »Unsere Zeit hier ist vorbei. Wir waren Gefangene unserer eigenen Taten. Jetzt können wir in Frieden ruhen.« Clara hatte Tränen in den Augen. »Aber das bedeutet, dass wir euch nie wiedersehen werden.« »Das ist der Lauf der Dinge«, sagte der Geist. »Doch, was ihr getan habt, wird nie vergessen werden.« »Ihr habt das Schloss gerettet und die Magie von Weihnachten wiederhergestellt.« Die Geister begannen, sich langsam in goldenes Licht aufzulösen. Ihre Gestalten verschmolzen mit den Schneeflocken, die durch die Luft tanzten. Die Kinder sahen zu, wie die Geister verschwanden, einer nach dem anderen, bis nur noch die leuchtende Energie zurückblieb, die das gesamte Schloss erhellte. Der Weihnachtsbaum in der Mitte begann heller zu leuchten und die Lichter kletterten wie lebendige Wesen die Zweige hinauf, bis die Spitze in einem goldenen, strahlenden Schein erblühte. Das Schloss vibrierte leicht, als ob es sich vor Freude schüttelte. »Das ist wunderschön«, flüsterte Ben. »Das Schloss ist frei«, sagte Anna leise. »Und die Geister auch.« Eine warme Brise wehte durch die Halle und die Kinder spürten, wie der Zauber des Ortes sie umhüllte, als würde er sich von ihnen verabschieden. Die Flügeltüren des Schlosses öffneten sich weit und draußen sahen sie die Sterne am Nachthimmel, die heller schienen als je zuvor. »Ich denke, wir können jetzt nach Hause«, sagte Clara, ein schwaches Lächeln auf den Lippen. Die Kinder verließen das Schloss, ihre Herzen schwer vor Abschied, aber auch erfüllt mit einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit. Sie hatten nicht nur das Schloss gerettet, sondern auch die wahre Bedeutung von Mut, Freundschaft und Opferbereitschaft entdeckt. Hinter ihnen begann das Schloss langsam zu verblassen, bis nur noch der verschneite Wald übrig war. Doch in der Luft blieb ein leiser, magischer Klang zurück, wie ein ewiges Echo von Hoffnung und Frieden. Die Kinder standen im verschneiten Wald, wo das Schloss von Winterhain eben noch gestanden hatte. Jetzt war der Platz leer, doch die Kinder spürten, dass etwas Magisches zurückgeblieben war. Der Mond leuchtete über ihnen, und die Sterne funkelten, als wollten sie das Ende ihres Abenteuers feiern. »Es fühlt sich so seltsam an«, sagte Clara und blickte zurück, wo das Schloss gewesen war. »Als wäre es ein Traum gewesen.« »Aber es war kein Traum«, sagte Anna und hielt die Hand ausgestreckt, wo der warme Schein der Fragmente noch immer in ihrer Erinnerung nachhalte. »Wir haben wirklich etwas verändert.« Ben sah sich um, als könnte er irgendwo einen Hinweis auf das Schloss entdecken. Doch da war nichts, nur der leise Wind und der Schnee, der sich sanft über den Boden legte. »Glaubt ihr, irgendjemand wird uns glauben, was passiert ist?« »Das spielt keine Rolle«, sagte Anna nachdenklich. »Wichtig ist, dass wir es wissen und dass die Geister jetzt Frieden haben.« Die Kinder begannen den Weg zurück ins Dorf. Der Schnee knirschte unter ihren Stiefeln, und sie sprachen kaum, während sie die Geschehnisse der Nacht noch einmal durchdachten. Es war fast Morgen, und der Himmel begann sich in zarten Rosa- und Goldtönen zu färben. Der Wald wirkte friedlich, als hätte er die Veränderung gespürt. Als sie die ersten Häuser des Dorfes erreichten, wurden sie von den warmen Lichtern in den Fenstern empfangen. Es war Heiligabend, und der Zauber von Weihnachten lag in der Luft. »Schaut mal«, rief Clara plötzlich und blieb stehen. Die anderen folgten ihrem Blick und sahen, dass die große Eiche am Dorfrand geschmückt war, mit Lichtern, die wie die goldenen Fragmente leuchteten. »Das ist neu«, sagte Ben erstaunt. »Ich schwöre, das war vorher nicht da.« Anna trat näher und betrachtete den Baum. Die Lichter schienen zu tanzen, als würden sie eine stille Botschaft senden. »Ich glaube, das ist ein Geschenk«, sagte sie leise. »Ein Zeichen dafür, dass die Magie von Weihnachten immer noch da ist.« Die Kinder schauten eine Weile schweigend zu, wie die Lichter funkelten. Schließlich gingen sie weiter, jeder in Gedanken versunken. Als sie ihre Häuser erreichten, verabschiedeten sie sich mit einer stillen Umarmung. Sie hatten ein Abenteuer erlebt, das sie für immer miteinander verbinden würde. Später am Abend, als Anna mit ihrer Familie um den Weihnachtsbaum saß, dachte sie an die Geister und das Schloss. Ihre Eltern und ihre kleine Schwester lachten und sangen Weihnachtslieder, und das warme Leuchten der Kerzen erfüllte den Raum. Anna fühlte sich glücklich, aber auch ein wenig nachdenklich. »Was denkst du, Anna?«, fragte ihre Mutter sanft. Anna lächelte. »Ich denke nur, dass Weihnachten wirklich magisch ist.« Ihre Mutter nickte und zog sie in eine Umarmung. »Das ist es, mein Schatz.« Magisch und voller Wunder. Anna spürte eine tiefe Ruhe in sich. Sie wusste, dass sie und ihre Freunde etwas Besonderes bewirkt hatten, auch wenn es niemand sonst verstehen würde. Das Abenteuer hatte ihr gezeigt, wie wichtig Mut, Freundschaft und die Hoffnung auf etwas Besseres waren. Genau das, worum es an Weihnachten geht. In dieser Nacht schlief Anna mit einem Lächeln ein, während draußen der Schnee leise fiel. Und in ihrem Herzen wusste sie, dass das Schloss von Winterhain und seine Geister nie vergessen werden würden. Ihr Licht lebte weiter, in den Sternen, in den Lichtern der Eiche und in den Herzen der Kinder, die ein kleines Stück Weihnachtsmagie für immer bewahrten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020